Die Märkte sind nicht in zu schlechter Verfassung aktuell, aber bevor wir uns die genauer angucken, will ich auf zwei, drei Fragen eingehen, die mich erreicht haben. Ich habe Feedback bekommen von euch, lieben Dank dafür. Das ist mir auch immer ein bisschen eine Hilfe, damit ich besser einschätzen kann, was braucht ihr an Informationen, was ist für euch wichtig. Eine war ein Risikohinweis. Da werde ich eigentlich nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Denkt daran, wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Hier, da war ein anderer Kommentar noch. Könnte auch sein, dass es hoch oder runter oder seitwärts geht. Das war natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber da ist eine Menge dran. Denn wer jetzt von mir erwartet, dass ich euch sage, was in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag passiert, der wird maßlos enttäuscht werden. Ich habe leider keine funktionierende Glaskugel. Ich weiß es einfach nicht. Die Aufgabe eines Händlers ist es aber nicht, die Zukunft vorherzusehen, sondern die Aufgabe eines Händlers ist, und das kann ich als Berufshändler nun mit dekadenlanger, also 30 Jahre langer Berufserfahrung, durchaus sagen, die Aufgabe ist, nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern aufgrund der ungewissen Zukunft, die wir alle nicht wissen, was als nächstes passiert, hier zu schauen, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten für das eine oder das andere Ereignis, und dann zu sagen, wie gestalte ich das Ganze so, dass ich im Normalfall eher besser wegkomme als schlechter. Aber da sind schon ein paar wichtige Aussagen. Punkt eins ist, bitte, bitte geht niemals davon aus, dass ich oder irgendjemand sonst auf der Welt in der Lage ist, die Zukunft vorherzusehen. Also die Maschine muss noch erfunden werden, und das können auch Charttechniker nicht. Allerdings sehen Charttechniker das, wie gesagt, auch nicht als ihre Aufgabe, sondern sie überlegen sich, ja Mist, wir haben keine Ahnung, aber wie gestalten wir das so, dass wir mit heiler Haut, nein, mit einem Gewinn hier noch im Durchschnitt rauskommen. Und da ist ein wichtiger Satz, im Durchschnitt viele verlieren Geld, weil sie natürlich dann sagen, naja, wenn er das jetzt sagt oder wenn dieses Buch das so schreibt oder jener Bericht das so, darstellt, das sind doch Profis, dann muss es ja auch so kommen. Jetzt gehe ich mal mit einem hohen Risiko rein, denn es soll sich ja auch lohnen. Und tatsächlich ist das schon der nächste große Fehler. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Theoretische da abgehen, aber dass man davon ausgeht, naja, wenn ich nur genug Wissen habe, wenn ich nur genug Pools gekauft oder gemietet oder irgendwie günstig erworben habe, dann kann da nichts mehr schief gehen. Nein, es kann jederzeit was schief gehen. Deshalb ist das Money Management so unheimlich wichtig. Das ist allerdings nicht das Thema der Index Updates am Nachmittag. Deshalb will ich das an dieser Stelle nicht überstrapazieren. Vielleicht mache ich mal ein extra Video dazu. Wenn ihr euch das wünscht, kann ich das gerne nochmal aufgreifen. Hier geht es darum, was sind so die typischen erwartbaren Ereignisse und wie gehe ich damit um? Unter anderem auch, wenn ich zum Beispiel falsch liege. Also wo liegen die Stops für diese Idee oder ab wann gehe ich da erst rein? Also wichtige Hinweise lieben Dank dafür und ein weiterer Hinweis. Hier gucken wir jetzt den Dow Jones Future an. Das ist der Mini Dow Future und da war ein Hinweis. Warum sage ich eigentlich arbeite ich mit Futures, die kein normaler anguckt? Die normalen Futures, die die Masse verfolgt, sind doch ganz anders. Nein, wenn ich ehrlich bin, das hier sind die normalen Futures. Alle Institutionellen, alle richtigen Marktteilnehmer. Das können große Private sein, die sagen, hey, ich mache da ein bisschen privater Handel. Das können die Unternehmen sein, das können Banken sein. Egal wer sich an den Märkten beschäftigt, guckt exakt diese Werte an, die ich euch hier einblende. Es gibt aber natürlich, das ist nachvollziehbar, eine Menge, Menge abweichende Kurse, weil ihr vielleicht irgendeinen Mini Future von irgendeinem Anbieter bekommt, der dann eine eigene Berechnung hat. Oder ihr habt ein CFD. Die sind aber nicht einheitlich, sondern die sind bei jedem Anbieter ein klein bisschen anders. Bei vielen. Einige orientieren sich tatsächlich an diesen Originalkursen, viele haben aber abweichende Kurse daraus. Und da ich nicht weiß, mit welchem jeder einzelne von euch arbeitet, ich aber sicher bin, dass die großen Jungs mit mir auf diesen Chart hier gucken, also die noch viel, viel größeren als wir das ja sind, da drauf gucken, zeige ich euch diesen Chart. Und im Zweifelsfall, wisst ihr, dass ich immer wieder erwähne, achtet nicht so exakt auf diesen Punktestand, weil ich mir natürlich bewusst bin, dass einige von euch mit Anbietern arbeiten müssen als Private, die abweichende Kurse haben. Das ist halt so. Deshalb gebe ich euch häufig auch zum Beispiel ein Zwischenhoch, das vom 30. Juni 20 Uhr. Dann könnt ihr in eurem Chart gucken, wo dieses hoch war, auf welchem Punktestand das ist, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass euer Anbieter das ziemlich dann auch zu diesen Bedingungen dann euch zur Verfügung stellt. Also insofern ist das die einzige Möglichkeit, denn die meisten Privaten, die dann eben auf ausweichende Märkte, auf andere Kontrakte ausweichen, die sind halt sehr unterschiedlich. Das heißt, selbst wenn die Anzahl der privaten Händler groß oder größer wäre oder das Volumen, ist das leider nicht einheitlich, denn viele Zertifikate-Anbieter, die haben eigene Preisstellung. Viele CFD-Anbieter haben eigene Preisstellung. Das hier ist tatsächlich das, was den richtigen Markt ausmacht. In dem Fall ist das quasi der Future, der an der CME gehandelt wird. Globex genau genommen YM ist das Kürzel dazu und das ist der E-Mini-DAO-Future, der normalerweise da angeguckt wird. So, gucken wir uns den nochmal konkret an. Wie sieht es denn da aus? Jetzt quatsch nicht rum, jetzt gibt uns mal einen Hinweis. Tatsächlich, wir hatten darüber gesprochen, der Markt hat realistische Chance, hat alles gesehen, was er muss. Wenn er nicht zu korrektiv hoch geht hier, dann ist eigentlich die Aufwärtsrichtung relevant. Sprich, geht er hier korrektiv hoch an der Stelle, dann wahrscheinlich doch nochmal tiefer, geht er aber nicht zu korrektiv hoch und im Gegenzug aber korrektiv nach unten, also schwächer. Ich mache mal ein anderes Beispiel, wo wir hier hatten, das war ziemlich stark nach oben und das hier war doch ziemlich wackelig nach unten. Das war die schwächere Richtung. Zwischen hoch bietet mögliche Trigger für die Longseite. Das muss nicht exakt so aussehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, viele wünschen sich, nee, nee, du musst jetzt schon sagen, wie das in Wirklichkeit aussieht. Ja, das kann ich euch auch erst nachher sagen. Aber wenn das so aussieht, dann traue ich mich vielleicht nicht, weil es sieht nicht korrektiv aus. Wenn es jetzt so aussieht, dann ist das vielleicht dreiwellig, aber sehr tief und sehr steil. Traue ich mich auch nicht. Sieht das aber so aus, habe ich einen guten Eindruck. So in die Mitte wieder zurück und ich hätte hier eine Trigger-Marke. Trigger ist Auslöser. Das heißt, wenn der Markt da durchgeht, ist die Erwartungshaltung, dass das nochmal passiert. Mit realistischen Chancen. Wir waren doch schon eigentlich fast fertig. Könnte das nicht? Jawohl. Es könnte sehr realistisch weitergehen, weshalb ich in diesem Fall nicht zwingend hier Gewinnmitnahme machen muss, sondern eben sagen kann, dann ziehe ich halt den Stop auf dem Einstieg nach und wenn er wirklich umdreht, ja gut, dann fliege ich halt raus wieder. Aber mit Plus Minus Null, vielleicht sogar noch mit einem kleinen Gewinn, vielleicht auch mit einem kleinen Verlust. Das ist aber nicht wirklich das Entscheidende. Wenn er aber weiter läuft, dann kann ich dann entsprechend günstig eingestiegen eine relativ deutliche und weite Folgebewegung hier eben erwarten. Ob das hier passiert, das weiß ich auch nicht. Da muss ich raten. Es wäre aber nicht untypisch, weil wir wie gesagt tief genug gegangen sind, dass man sagen kann, also wenn irgendein Bulle noch da ist, dann sagt der, ich wäre schon wieder bereit. Zweites, die Aufwärtsbewegung ist relativ dynamisch nach oben. Also noch ein Indiz, kein Beweis, ein Indiz dafür. Und dann brauchen wir als nächstes eine starke, eine klar korrektive Gegenbewegung. Ich zeige euch das umgekehrte Beispiel. Hier hätte ich nach Shorts geguckt, weil wir hatten hier Schub runter und wir waren A, B, C dahin. Das ist eine super Short Gelegenheit, wenn der Kurs das durchstößt. Das hat er ja nicht. Richtig. Das war ja auch nicht Short an der Stelle. Das bietet mir keine Möglichkeit. Bis zu dem Zeitpunkt, also als der Chart noch so aussah, da habe ich gedacht, Mensch, wenn der dieses Tief jetzt durchstößt, wir sind steil runter, wir sind dreiwellig nach oben. Wenn er das nach unten durchstößt, dann gehe ich Long. Entschuldigung, Short in dem Fall. Nämlich in der Erwartungshaltung, dass das, was wir vorne haben, sich nochmal fortsetzt. Deshalb ist das so wichtig mit den Triggern, weil ihr seht hier, dass der Markt, wenn wir jetzt die Zukunft wieder reinholen hier, nicht getriggert hat. Na gut, dann ist das eben kein Short. Völlig richtig. Wäre ja auch nicht die cleverste Lösung gewesen. Trotz alledem nochmal auch mit Hinweis auf den Risikohinweis sozusagen. Diese Variante funktioniert nicht immer. Wir sind ja nicht bei den Hellsehern hier, das ist ein anderer Kongress, sondern wir gucken uns an, was ist denn typisch? Und wie würden wir das Ganze so auflösen können, dass es für uns eben tendenziell vorteilhaft ist? Und nehmen wir mal an, er macht uns in der nächsten Zeit. Ich gehe mal jetzt auf ein Intraday Chart, also diese vier Stunden Chart. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Da gucken wir uns das hier mal an, wie das aussieht. Also meine Erwartungshaltung ist, dass wenn wir hier in Bälde, das ist jetzt vielleicht nicht super sauber, aber es ist ein relativ starker Anstieg. Und wenn wir irgendwann mal eine Korrektur, es kann auch locker sein, dass er erst noch ein bisschen höher geht und danach erst die Korrektur macht. Das weiß ich nicht. Aber irgendwann wird er die Korrektur machen. Und wenn diese eben zum Beispiel dreiwellig ist, sagen wir das mal so, A, B, C, zum Beispiel so aussieht, in die Mitte wieder rein, dann nehmt ihr den tiefsten Punkt, nehmt ihr den dann höchsten Punkt. Im Moment wäre das hier der höchste Punkt. Das heißt, wenn ich das jetzt konkret messen sollte, dann würde ich quasi von diesem tiefsten Punkt hier messen bis zu diesem höchsten Punkt. Und dann möchte ich, dass der Rücksetzer da rein geht. Und wie soll er rein gehen? Korrektiv. Korrektiv ist entweder dreiwellig da rein oder von mir aus auch mehrfach. Dann sollten aber die Gegenbewegung, das ist eine Gegenbewegung, das ist eine Gegenbewegung, in der Abwärtsbewegung eine Gegenbewegung. Dann sollten die überschneidend sein, damit ich den Eindruck habe, nee, 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 das ist nicht die starke Richtung. Was meine Long Idee sofort zerstört ist, wenn der Markt jetzt das macht, dann ist er auch hier angekommen in der Zone. Aber das ist nicht korrektiv. Denn korrektiv haben wir gesagt, irgendwie sowas oder von mir aus sowas. Kann man sich auch leicht merken, hier wäre der Trigger hier, hier wäre der Trigger hier und hier ist kein Trigger möglich, weil es gibt ja gar keinen Aufhängungspunkt. Also insofern, im Moment muss ich sagen, ich gehe wieder eine Stufe größer jetzt hier, wir können das mal wegmachen. Im Moment muss ich sagen, gefällt mir dieses Tief durchaus und die Anschlussbewegung, um bei der nächsten Korrektur, die sich vielleicht im Laufe des Nachmittags, abends, aber in den nächsten vielen Stunden vielleicht hier entwickelt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn diese wirklich korrektiv aussieht. Wichtig, nur dann triggern lassen für die Long Seite. Sieht sie zu steil aus? Dann natürlich nicht. Denkt immer dran, dreiwellig. Das ist manchmal ganz sauber zu erkennen. Manchmal kann man es nicht so gut erkennen. Hier ist es jetzt klar, dreiwellig. Vielleicht ein bisschen zu spät für den Einstieg hier. Es lohnt sich vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Das habe ich letztens ein paar Mal erklärt, will ich jetzt nicht nochmal in aller epischen Tiefe. Aber dann muss man den Trade ja nicht mehr unbedingt machen. Also ich bin nicht so sehr auf der Suche nach übergeordneten Shorts mehr, weil ich ja eigentlich erwarte, wenn es wirklich nochmal runter geht, dann da rein. Da ist der Spielraum nach unten nicht mehr so groß. Nochmal zur Erinnerung. Das übergeordnete Long Bild ist 33.100. Alles, was oberhalb ist, macht mich nicht verrückt. Alles, was dann da drunter geht, da fange ich dann an, nervös zu werden, weil ich sage, also damit könnte ich auch noch leben, das ist alles gut. Aber dann fängt das an. Warum ist das so tief gegenüber dieser Bewegung? Das will ich dann nicht mehr haben. Also insofern brauche ich mir vorläufig für die Long Position mit den weiteren Stop-Varianten keine Sorgen zu machen. Denn das kann passieren, dass er da durchgeht. Aber dann gehe ich ja raus. Das heißt, bis dahin, das ist mein Risiko, was ich habe. Aber wenn ich eine Rendite haben will, muss ich auch ein Risiko eingehen. Ich kann ganz schlecht sagen, nee, Risiko, das ist ganz doof. Ich will eigentlich nur die Rendite haben. Sagen kann man das, aber das ist natürlich nicht sehr realistisch. So, also ihr seht, bullischer Markt unter der Voraussetzung, dass es hier korrektiv passiert. Die Chance ist da. Ich sehe ganz gut und wir wissen ungefähr, wo die Mitte ist. Wenn ihr jetzt gar keinen Plan habt, ich zeige das mal hier nochmal im Grobbild in der Hoffnung, dass ich das einigermaßen hoch und tief treffe. Aktuell wäre es, das ist beim E-Mini-DAO-Future. Das ist also wie gesagt das offizielle Teil hier. Das wäre ungefähr im Bereich 34.130, sagen wir. Kann ein bisschen höher sein als die Linie und nicht mehr deutlich unter 34.000. Ein bisschen tiefer ist auch noch okay für einen Rücksetzer dieser Art. Das ist in Ordnung. Damit sind wir also quasi irgendwo da in der Ecke. Korrektiv. Das wäre eigentlich eine schicke Geschichte. So, wie sieht es beim S&P aus? Grundsätzlich Amerikaner häufig ähnlich, aber nicht immer gleich. Hier gefällt es mir weniger gut. Also der DAO ist besser. Er ist nicht perfekt. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich jetzt schon direkt hoch geht. Beim S&P bin ich mir aber eigentlich sicher, dass mir es nicht gut gefällt. Warum bin ich da zickig? Wir haben hier das letzte Tief im 5-Minuten-Chart. Ich mache das mal groß. Das ist dieses Tief, was wir hier haben. Das ist 4-Stunden-Chart zur Erinnerung. 16. Juni. Da unten 26. Juni. Das ist 3. Juli. Und das ist hier das Tief. 7. Juli oder 10. War es glaube ich hier. Weiß ich nicht. Aber an dieser Tiefmarke hier. Das könnt ihr also relativ leicht im Chart wiederfinden. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir gehen nochmal runter tatsächlich. Warum habe ich die? Weil ich mit diesem Anstieg, mit allem, was von diesem Tief, von dem noch nicht so zufrieden bin. Beim Dow ist es nicht ganz so dramatisch. Aber auch nicht richtig schön ist es auch nicht. Aber mir sind hier ganz schön viele Rücksetzer, die alle überschneiden sind. Deshalb habe ich ein wenig die Befürchtung, dass es das im Moment noch nicht ist. Und wir tatsächlich nochmal vielleicht auch in den nächsten Tagen mit dem Rücksetzer da in diese Zone rechnen müssen. Dass das nicht schlimm ist, das haben wir ja hinreichend häufig beschrieben. Damit müssen wir rechnen. Nicht schlimm. Natürlich, wer jetzt Long geht im 5-Minuten-Chart, findet das doof. Wer jetzt übergeordnet Long ist, der muss keine Sorge haben. Denn auch Rücksetzer, die bis da runter gehen, sind ganz normale Rücksetzer. Im übergeordneten Bild. Also da geht nichts kaputt auf dem bullischen Bild übergeordnet. Wer hier jetzt Long geht, findet natürlich einen Rücksetzer in dieser Größenordnung nicht attraktiv. Das müsst ihr aber entscheiden, welche Größen ihr handelt. Wir handeln häufig beide, wobei wir tendenziell etwas größer. Wir machen nicht so viel im 5-Minuten-Chart mehr. Früher habe ich das sehr häufig auch gemacht. Aber das ist für uns nicht mehr so sinnvoll. Als Privater kann ich mir das aber vorstellen. Kann man das natürlich durchaus machen, wenn man das möchte. 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart handeln. Das geht natürlich grundsätzlich auch. Insbesondere, wenn das Bild deutlich ist. Zum Beispiel hier haben wir einen starken Anstieg. Hier ist es klar korrektiv. Und wir sind nachher nochmal nach oben. Vielleicht gab es hier Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Das haben wir damals aber besprochen. Aber als Augentraining für euch, damit ihr einfach seht. Dieses hier ist nicht das gleiche, wie das, was wir hier haben. Also habe ich eine Idee, welches die stärkere ist. Also habe ich eine Idee, in welche Richtung ich handeln will. So, hier bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil wir so viele Überschneidungen haben. Das heißt, diese Tief sind niedriger als das. Und dann sage ich mir, ihr seid ja super begeistert vom Kauf. Und wenn die anderen nicht gerne kaufen, warum soll ich dann schon kaufen? Soll ich wirklich der Erste sein? Ich bin sicherlich größer als die meisten Privaten. Also nicht ich, also ich auch, zwei Meter Mann. Aber wir sind ja jetzt nicht die größte Firma der Welt. Im Gegenteil. Da gibt es viele größere Player. Da stelle ich mich nicht vorne hin und sage, Leute, mache ich. Ich drehe den Markt. Meistens geht das, weiß ich aus früherer Erfahrung, immer in die falsche Richtung. Dass man genau hier oben gesagt hat, ich kaufe. Und abends in den Nachrichten war dann, Rüdiger Born hat am höchsten Punkt hier wieder den Markt gedreht. So kam es einem zumindest mal vor. Deshalb kauft man nicht an hohen Punkten, sondern nach Korrekturen. Das erhöht die Chancen und vor allen Dingen die Gestaltungsmöglichkeiten, dass man eben den Stopp auch nachziehen kann. Dass man häufiger nicht so schlecht oder eben sogar gut dasteht. Der S&P ist ja sehr stark abhängig vom Nasdaq Future. Und das ist hier der Nasdaq Future, der E-Mini Nasdaq. Ebenfalls CMI, das Hauptteil sozusagen, auf das alle gucken, wenn sie den Nasdaq angucken. Also bitte da nicht irritieren lassen. Jeder Emittent von irgendwas anderem hat nicht das Volumen wie der Originalmarkt. Das, was ich euch hier jetzt zeige. So, dann haben wir hier eine Abwärtsbewegung insgesamt. Wir sind jetzt aktuell ganz schön zügig auf der Abwärtsseite unterwegs. Das heißt für alle Nachmittagsgucker unter euch, das ist doch schon mal ein Steilpass. Ich finde das doch schon mal gut. Also unabhängig von der Richtung. Ich will jetzt nicht argumentieren, ob ich das schön finde, dass es hoch oder runter geht. Als Händler habe ich keine Präferenz. Für meine Long Position. Viele wissen, dass ich immer noch übermäßig Long bin. Wir haben auch ein paar Short Positionen in einzelnen Aktien. Aber wir sind mehr haltlich auf der Long Seite. Finde ich das nicht so gut. Aber da haben wir ja schon gesagt. Naja, auch Rücksetzer bis da runter dürfen kein Problem sein. Denn das wäre im Übergeordneten ja noch völlig in Ordnung. Für mich aber, der diesen Chart jetzt anguckt, als vielleicht aktiver Händler. Ich brauche doch nur noch zu warten, dass er jetzt wackelig hoch kommt. Und dann kann ich sagen, machen wir noch mal einen Short mit. Schub runter, wackelig hoch, irgendwo in die Mitte rein. Trigger hier für noch mal die Short Seite. Und sogar noch tiefer als das würde ich mal voraussetzen. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist tiefer als 15.060. Und wer es übersetzen muss auf seinen Chart, das ist 18 Uhr am 10. Ungefähr. Beziehungsweise meine Erwartungshaltung, wenn er da durchgeht, dann greifen. Also das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Dann sehe ich sogar noch mal einen Angriff möglich unter die Marke hier von 14.850. Das ist 26. Juni als Tiefmarke. Nämlich, dass wir noch nicht auf der bullischen Seite sind. Gestern hatte ich gesagt, Mensch, vielleicht eine Long Seite. Da hatte ich euch diese Zwischenhochmarke genannt, wenn er da jetzt durchgeht. Ja, aber wir haben ja eben das traurige Beispiel gesehen, was das hier für eine Aufwärtsbewegung war. Ja gut, aber er hat ja auch nichts hier getriggert. Das heißt, meine Long Idee ist völlig falsch. Ja, aber ist ja nichts passiert. Ich habe ja noch keine Position drin, weil ich ja noch längst unterhalb des Triggers bin. Ja, also das ist so ein bisschen so, als wenn ihr ins Restaurant geht und sagt, also heute hole ich mir ein Steak. Hab das Menü schon offen. Kellner war noch nicht da. Dann guckt er beim Nachbartisch und sagt, oh, das sieht aber gebraucht aus. Ich glaube, ich switche auf Fisch heute oder auf einen Salat oder was auch immer da euer Vorzüge sind. Das heißt, ihr wolltet eigentlich ganz klar, habt ihr eine Ansage gehabt, aber ihr habt vorher schon gesehen, also das wird nichts. Das wollen wir dann doch nicht mehr. Und so ähnlich ist das hier auch. Und seid so flexibel. Ihr dürft nicht vergessen, als Händler sind wir die flexiblen Marktteilnehmer. Wir reagieren auf das, was die anderen machen. Das solltet ihr euch immer merken. Nicht das machen, was ihr gestern gesagt habt oder vorgestern gesagt habt. Das machen, was der Markt euch aktuell bietet. In diesem Zeitrahmen ist es aktuell eher die Abwärtsseite, die stark ist. Bei einer schwachen Gegenwehr wäre es nochmal ein Short. Wenn der Markt jetzt sagt, naja, Rüdiger, das war ja alles mein Test, aber jetzt machen wir steil hoch. Naja, dann gibt es keine Short-Möglichkeit. Dann warte ich auf die nächste Korrektur, um dann eben Long einzusteigen. Irgendwo wieder, wenn ich das dann immer noch schön finde. Ja, also der ist noch nicht ganz vom Tisch. Wir haben ja noch ein bisschen Platz bis dahin. Wenn es da mit Schmackes jetzt durchgeht, kann man immer noch überlegen, an der Stelle Long zu gehen. Wir gehen an der Stelle nicht Long und zwar eher aufgrund des Chance-Risiko-Verhältnisses. Aber der hier triggert für mich die Idee, dass wir auf jeden Fall auch da drüber gehen. Dann sagt ihr natürlich zu Recht, naja, das lohnt sich ja nicht so richtig. Und genau das ist der Grund, warum ich da nicht mehr Long gehe, weil ich die Erwartungshaltung habe. Ja, nochmal höher. Ich vermute auch irgendwo bis dahin. Aber da finde ich die Chance-Risiko-Verhältnisse übersichtlich. Wer es nicht sehen kann, das ist 7. Juli 16 Uhr, das hoch war 5. Juli 16 Uhr und das hoch war 16. Juni 12 Uhr. Die Uhrzeiten sind nicht ganz genau, weil es ein 4-Stunden-Chart ist. Das heißt, es kann innerhalb dieser folgenden 4 Stunden gewesen sein, wo der Hochpunkt war. Aber da gibt es nicht so viele Hochs in den Tagen. Das kann man leicht wiederfinden. Also noch ist hier Long nicht gänzlich abgeschrieben. Aber mit der Erfahrung, die wir beim S&P gerade gemacht haben und das jüngste, was wir hier im 5-Minuten-Chart gesehen haben beim Nasdaq, lässt mich einigermaßen überschaubar optimistisch sein, dass jetzt in diesem Moment hier so ein kurzfristiger Long-Trade unbedingt attraktiv ist. Allerdings, ihr wisst das, wenn der Kurs mal zwischendurch sowas macht, geht natürlich auch zwischendurch mal ein Long-Trade. Also wenn ihr eine starke Seite habt, eine dreiwellige Seite, geht immer davon aus, dass die starke Seite sich sehr gerne nochmal fortsetzt. Das muss nicht immer sein, aber ihr habt damit eine Richtungsidee. Wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keinen Plan, was sie da heute wollen, dann habt ihr zumindest mal eine Idee, in welche Richtung ihr gucken solltet. Jetzt geht er im Moment nicht so sehr korrektiv hoch, wie ich mir das vorstelle, sondern eigentlich eher dynamisch. Das heißt, wenn er jetzt dann doch noch das hier macht, dann ist das immer noch A, B, C, Trigger hier. Wenn der jetzt allerdings weiter Schub hoch macht und wackelig runter, dann wisst ihr jetzt schon, was ich machen werde. Und das ist das Interessante. Ich weiß nicht, was er als nächstes macht. Aber wenn ich diese Kombination sehe, habe ich nur eine Richtung. Ich habe sogar noch eine Trigger-Idee und weiß dementsprechend, was ich da erwarten kann. Also nicht so sehr die Hellseherei ist das Thema der Händler, sondern mehr die, ich sehe ja gerade, was gespielt wird, dann mache ich da jetzt auch mit. So ungefähr so, als wenn man beim Fußballspiel sagt, in der 38. Minute, da kommt eine Flanke von links, das weiß ich jetzt schon. Woher soll ich das denn sehen? Aber wenn der Ball reinkommt, weiß ich, was ich damit zu tun habe. Und was ich zu tun habe, das zeichne ich euch hier immer wieder auf, damit sich die Augen an diese Situation gewöhnen, dass ihr eines Tages sagt, naja, jetzt sehe ich es aus, keine große Kunst. Ist es auch nicht. Also das ist jetzt nicht Raketenwissenschaft, die ich euch hier zeige. Man muss es nur konsequent eben umsetzen und dann eben nicht gierig werden und sagen, das kann da nicht schief gehen. Ich setze da mal alles auf eine Karte. So, dann als letztes den DAX. Den zeige ich tatsächlich häufig gerne als Index. Das wünschen sich viele als Index. Ich kann es aber gleich nochmal auf dem Future anzeigen. Da sind wir ebenfalls bis auf die Tiefmarke, weil ich hier die Zeichnung schon habe, auf die ungefähre Tiefmarke gegangen. Die war beim DAX um die 15.500. Die haben wir aber hinreichend jetzt erklärt in den letzten Tagen. Wenn es nicht korrektiv hochgeht, sondern impulsiv, haben wir eine realistische Chance, dass nach der nächsten Korrektur weiter hochgeht. Im Moment geht es relativ gut nach oben. Das ist hier das im Intraday Bereich. Das ist relativ gut. Wir hatten hier schon drüber gesprochen. Das ist Schub. Das sieht eher wohl dreiwellig schwächer aus. Also die Erwartungshaltung für Fortsetzung. Nicht alles sind neue Einstiege, aber auch das ist ein Dreiweller. Also offensichtlich nicht die richtige Richtung. Auch das sieht im Moment korrektiv aus. Also ich bin weiterhin im Moment auf der bullischen Seite gedanklich eher. Und wenn wir hier schön uns entfernen nach oben, die nächste Korrektur bietet wieder einen neuen Einstieg. auch auf kleinerer Zeitebene. Und damit wir konsistent auch hier mit dem Future arbeiten, gucken wir uns das hier beim DAX Future an. Das ist also das Original Eurex. Also das, was die deutsche Börse tatsächlich verwendet. Und da sehen wir, dass es hier nicht ganz so schön aussieht. Das liegt teilweise daran, weil hier natürlich die Daten auch nochmal nach der offiziellen Handelszeit sind. Können wir mal gucken. Das ist allerdings während der US-Handelszeit, während der DAX noch offen ist. Aber ihr seht, also der DAX Future hat hier viel mehr mit Überschneidungen. Da kann man vielleicht noch sagen, ja die war sehr groß. Okay, lassen wir die mal außen vor. Aber die und die finde ich sehr ähnlich. Und die sind überschneidend. Also so 100% glücklich bin im DAX Future bin ich auch noch nicht. Das passt ja jetzt gar nicht zum DAX. Naja, schlimm ist es nicht. Denn um beim DAX jetzt aktiv zu werden, bräuchte ich korrektiv dreiwellig ungefähr in die Mitte dieses Bereiches. Die Mitte liegt ungefähr bei 15.600 irgendwas. 30, 40, 50 irgendwie sowas in dieser Richtung. Da kann man in etwa die Box vermuten. Ist das dreiwellig? Wäre das hier der entsprechende Long Trigger? Bis dahin werden wir es aber wahrscheinlich nochmal hören. Also bis zum nächsten Video können wir dann schon vielleicht sehen, ob er das macht. Entschuldigung. All das wäre für mich in Ordnung für die bullische Seite. Das einzige, was ich als Killer sehen würde für die bullische Seite im kleinen Bild, nicht im großen, wäre, wenn es steil runter geht und wackelig nach oben. Denn dann wäre meine Erwartungshaltung für eine stärkere Abwärtsbewegung. Also wie immer das gleiche Spiel. Keine Besonderheiten, nichts Schlimmes. Für die etwas übergeordneten nochmal kurz der Hinweis. Alles oberhalb der 15.200, 100 irgendwie sowas in der Richtung. Bin ich noch absolut bullish. Darunter vermute ich, gibt es einen größeren Umweg. Dann verlieren wir vielleicht sogar nochmal 1000 Punkte extra, bevor es dann vielleicht wieder hoch geht. Aber das würde ich nicht aussitzen wollen. Denn dann ist ja die Unsicherheit, ob es überhaupt dann dreht. Es kann ja auch sein, dass es weiter fällt. Deshalb finde ich für die größer angelegten Überlegungen, die 15.150 in etwa, eigentlich eine ganz interessante Stopmarke. Wer ein bisschen sicherer sein will, vielleicht die 100er Marke. Auf die 50 Punkte kommt es dann auch nicht an. Aber bis dahin gucken wir uns das sicherlich nochmal an. Und dann gebe ich euch nochmal eine aktualisierte Einschätzung. Soweit die Märkte aktuell. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich ist. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das rechtzeitig erkennt. Ihr seht, 100% glücklich bin ich noch nicht mit der bullischen Seite in den verschiedenen. Wir haben die einzelnen Märkte angeguckt. Handelt sie auch einzeln? Glaubt nicht, dass die immer alle exakt gleich laufen müssen. Ihr könnt ja mal spaßeshalber diese Märkte nebeneinander legen. Und dann werdet ihr feststellen, dass die mitnichten immer an jeder Stelle gleich gelaufen sind. Aber es ist natürlich relativ ähnlich und deshalb eine ganz gute Orientierung. Und aktuell so richtig toll sieht es nicht aus. Chancen gibt es, wenn ihr die entsprechenden Trigger durchstößt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. Glückwunsch! Da mal ein.